5 Arten von Pferden Der Angeber Hm, zu wem gehe ich denn jetzt? Ah, ich weiß, ich nehme mal Alpha. Ha, es war ja auch klar, ich bin nämlich das beste Pferd im Stall. Ah, ich wette, wir machen wieder Dressur. War ja klar, ich bin eben das beste Dressurferd und auch das einzig Wahre hier. Ich bin einfach so perfekt. Das Singende. Hm, wir nehmen mich denn heute mal. La la la. Ah, ich weiß, dich nehme ich. Komm, wir entführen dich mal raus zum Putzen. La 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 Der Menschenhasser. Ach, wen nehme ich denn heute mal? Ach, ich weiß. Chrissy. Chrissy? Damit meint sie doch hoffentlich nicht mich. Oh nein, die Menschen sind so dumm. Chrissy, also wirklich? Komm, du Süße. Also süß bin ich ja wirklich. Aber sie soll mich nicht so nennen. Sie ist doch ein Mensch. Bäh. Jetzt muss sie mich auch noch reiten. Hm, wie langweilig. Und sie ist so schwer. Bäh, das ist ein Mensch. Bäh. Schnell weg. Schnell weg. Oh nein. Was soll ich denn machen? Ich kann mich doch nicht steuern lassen. Bäh, Menschen. Dann kriege ich noch Menschenlitis. Bäh, ein Mensch. Das Turnierpferd. Endlich wieder mal ein Springturnier. Wir machen ja ständig nur noch Dressurturniere. Also wirklich. Dann nennen wir mal Trainingraum. Das ist so langweilig. Turnier ist einfach der einzig wahre Sport. Ja, und zum Glück bin ich auch noch ein Ausnahmetalent. Ich kann einfach alles. Das Verfressene. Ah, ich glaube, ich weiß schon, wen ich nehme. Sie hat doch hoffentlich was zu fressen dabei, oder? Also wenn sie nichts dabei hat. Also das wäre ja unverschämt. Also wirklich. Sie muss mir doch was zu essen mitgebracht haben. Nichts? Also wirklich. Wie unverschämt kann man nur sein. Einem Pony. Einem so süßen Pony wie mir. Nichts mitzubringen. Also wirklich. Ich lasse mir das nicht gefallen. Weg da, lass mich los. Ich will was essen. Mh, lecker Reste vom Stroh. Und vom Heu. Ne, ich lasse mich nicht rein. Ich will jetzt essen. Super Gelegenheit. Gras. Mh, oh, wie lecker. Nein, wir reiten jetzt. Wir machen jetzt Aufgaben. Wir fressen jetzt nicht. Doch, ich will aber. Lass mich doch, das ist gerade so lecker. Nein, wir gehen jetzt auf den Reitplatz. Wir hätten jetzt alle schön in der Futterkammer sein können. Mh. Oh mein Gott, Gras. Mh, oh, das ist so lecker. Mh, mh, mh.